Hallo meine lieben Mid-Sucker und Mid-Suckerinnen und herzlich willkommen zurück zu Agents of Mayhem. Wir werden jetzt mal ein paar mini Sachen hier machen. Midi-Games um einfach ein paar xp und alles andere noch zu farmen. So, interagieren, äh, 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 ja, machen wir. Unfall. Ich dachte auch noch irgendwo Turbo, oder? Ah, schiffbar Tore, okay. Ah, ich habe irgendwie gerade stark den Eindruck, dass ich die hier schon mal gemacht habe. Ah, ich bin hier gerade irgendwo falsch abgebrochen. Ah, ich hätte da in der Seitengasse schon irgendwo links können. Egal, noch läuft's. Noch läuft's auf den Weg. Oh, ich weiß nicht, ob das hier so gut wird. Oh, drift. What the fuck? Alright. Guck mal, komm mal. Ach, sie habe ich auf jeden Fall schon gemacht. Okay, das Auto kann über Wasser fahren oder was? Woa, woa. 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 Das Ding würde ich mir eigentlich gerne auch mitnehmen. Fuck. Ich bin vorbeigeballert, oder? Das habe ich nämlich das letzte Mal auch schon nicht bekommen. Ich versuche es nochmal. Come on. Ja. Nein. Aber ich habe versagt. Wenn wir neu starten. Scheiße. Misty Kaki. Okay. Do it. Die Nummernschilder von den Karren ändern. Sicher hat doch eben noch Gap drauf gestanden. Jetzt Agent 05. Nein. Komm. Weg da. Weg da. Weg da. Weg da. Die Kurve war nicht mal so schlecht. Weg da. Ob es Bonuspunkte wenn man Sandung erfährt oder ist das der Schaden am Auto? Mensch der Schaden am Auto. Weg da. Weg da. Weg da. Weg da, weg. Weg da weg. Auf her. Weg voniffe da weg. Ah, hier kann man auch noch gesucht werden. Oh, ok. Auf ganz den Mini-Missionenregeln. torschen das auch noch ein splitter Ah, nein, nicht auf Schiff Und wieder auf die Streets Nein, nein, nein Scheiße Uh, aber gerade so Weg da, weg da, hier komm ich Oh, komm ich, Moment Komm, es könnte natürlich nicht mehr viel Checkpoint sein Steht eigentlich irgendwo die Anzahl an Checkpoints nur, ne? Erstmal warten wir, dass die Tore nochmal voll ist Oh, hier kommt noch ein Scheiß drauf, ich hab nicht viel Zeit Da ist es Ziel Alter Moment, ich dauern Geht's noch? Ich lieg hier noch rum Ich hab doch jetzt trotzdem ne Planpause bekommen Also ich hab's letztes Mal Nicht wirklich richtig gespeichert E-Shirts Rote Menschen Wutbürger, ich kenne nur die Schildbürger Haben die irgendwas miteinander zu tun? Dann überfahm ich doch alles noch hier Drecksau Noch ein Wutbürger 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 Anscheinend Ähm B-b-b-b Was machen wir, was machen wir? Das machen wir So, ok, ab auf die Karte Wo waren wir denn eben überhaupt? War eben das Rennen nicht hier irgendwo? Was ist das? Operation gefangen sei es Ah, da gibt's einen neuen Agenten Wir machen jetzt Das würde ich sagen Ja Na, raus da Ja, ist ja nicht weiter, brauchen wir noch kein Auto zu rufen Nice one Was ist das? Oh, das liegt bestimmt am Rennen Das ist das Auto Ja, das liegt bestimmt am Rennen Das ist das Auto Dann, auf den letzten Momenten, kommst du raus BOOM HAHAHAHAHAHA Warum nicht du es mal probieren? Wäre ja verarscht wenn man überall das schnellste Auto runter könnte Vielleicht gibt's nachher noch Offroad-Rennen Oh, die Skid Flackere geht mir jetzt hier auf die Nüsse, ey Das sieht man gar nicht, wo man hin zu gehen Huiiii Aber an das trifft hat man sich irgendwie noch mal recht schnell gewöhnt, finde ich Ja, ich bin so gefreut Das war ganz nice, da kann man die Autos alle so ein bisschen auschecken mal Nicht nur nach den Stats gehen Die Stats geben ja nicht immer das Fahrgefühl wieder Wow, den hab ich überhaupt nicht gesehen, ey krass Weg, 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 weg Was ist das? Okay, kann ich nicht einsammeln? Wohm, wohm, wohm Wohm, wohm Wohm, wohm Wohm, wohm Wohm Alter Dein Ernst Ich muss echt mal weg bleiben, wenn die Dinger hochgeben Wenn die Dinger hochgehen So, sieht doch ganz gut aus Jo, alles eingesammelt So, dann gucken wir mal auf die Möpp So, was gibt's da? jetzt bin ich wieder da wo ich eben war und ich verstehe es nicht gibt es noch eine andere farbe es gibt hier noch orange ich die vielleicht nicht alle blauen gemacht aber das kann doch nicht sein dass man die so oft wiederholen kann wie man will versuchen wir mal die orangen können sie richtig klettern ja da komm ich mit der wahrscheinlich am ehesten da hoch oh Günter was machst du da? Spanner komm schon irgendwie muss es da noch hoch gehen da über balkonien auf jeden fall nicht dann schauen wir mal es muss doch irgendwo einen Weg geben um hoch zu kommen warum kann die Olli jetzt auf einmal nicht mehr klettern was 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 göttlicher Schuss freigeschaltet ok ok Gadgets Todesfalle Panikfalle große Schnellen machen Todesfalle ist besser Ausrüstung bearbeiten was ist das? ich glaube die Skins konnte man nur beim zusammenstellen vom Team dann auswählen Verträge ach das war das mit dem offline bla bla äh online gedöhnt sollen sie 30.000 Geld ein nein ich bin nicht ihre liebe Mama das ist ah das ist aktiv ok whatever wir rufen jetzt mal hier einen Aufzug das war perfekt ok so jetzt komm runter hallo so so jetzt na ok aber jetzt mal ohne Flachs das hier haben wir doch auch schon gemacht oh da bin ich jetzt ganz doof starten sie die Medium Lieferung ja wo denn wo denn hinten das kann doch nicht sein das ist jetzt weit weg bestimmt irgendwo hier oben hm hm das da sieht doch wichtig aus wiii ne doch nicht das ist echt ein bisschen äh blöd gemacht ich guck mal grad nur auf die Map ah ich glaub hier das Zeichen heißt dass ich das schon gemacht hab ok hab ich das auch schon gemacht treffen mit Kremlin ja dann machen wir mal das ok immerhin sieht man daran schonmal was man gemacht hat geronimo geronimo wooo oh da ist ein Splitter nice es ist ein Komplett ja geil verdammt Mixer wer sagt dir ich mag Seashantys molly oder vielleicht rama hm es ist ein Red Card vielleicht hätte ich eine Red Card falsche Taste Verbesserung ne fragbar nicht hier aber im Winter muss doch auch zum Team gehen ja Team ähm wir verbessern mal Schluck rama mit rama spielt sich relativ viel was hatten die noch da wir kürzen die Uplinkzeit mit 2 ähm mit einer Position aus dem Zeichern machen wir das Uplinkzeit verkürzen auch wenn rama jetzt mal ein Tattoo so du bist nicht ein Fan, oder? lass mich ein Mix-Tap für dich dann kennst du was ich mag da oben ist auch noch einer komm ich da ran wahrscheinlich wenn nur mit rama das ist doch kacke warum kann sie nicht sie konnte doch eben klettern ich verstehe es nicht wie sieht es mit dir aus du kannst bestimmt auch nicht klettern nope ja schade hm ich glaube ich muss da hoch so was haben wir hier bist du Fußball wie geht nicht wie sieht es hier ist wie haben Sie 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 hier 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 dann wo hier 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 Oh, ist jetzt noch einer? Ja, noch einer. Schon noch ein bisschen... ...geat hier. BAM! So ein bisschen mehr Bums. Nein! Komm, switch! Oh, was war das? Fuck, ich muss aufpassen. Wenn die down ist, dann haben wir ein Problem. Wow! Da kommt der Dicke! Gibt es eigentlich auch Gegenweitsdamage? Ah, come on! Ah, come on! Oh, okay. Woah! Fuck! Ich hab ganz schön schnell mein Schild runtergerutscht. Aber heilung, die brauche ich. Okay, ich hätte sie besser da liegen gelassen. Hm, schade, schade. Und jetzt? Fortfahren. So, zumindest wieder alle da. Ah, auf die Map. Das ist ja wohl schaffen, ey. Hallo? Gut, 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 gut. Oh, jetzt steht doch wieder Get drauf. Okay. Ups. Hauswand. So, irgendwie da. Oh, and if you lead me, just go. Da. Jetzt muss ich mal gerade noch mal schauen, wie war denn das eigentlich? Auf welcher Taste war die Mayim-Fertigkeit? Ich hab schon mich auch gerade verrafft. Auf G, okay. Nicht auf F. Legion hat meine persönliche Geschäfts gemacht. Drive sie raus, und dann werden Sie compensatoren. Ich habe etwas für Sie. Oh, shit. Watch es. Ich habe sie verraten. Fertig! Hurry up! Oh. Switch. Oh. Oh. Switch. Nice. Super fun. Und switch. Super fun. Und switch. Come on, come on. Wo ist er? Wo ist denn der Dicke? Hat das noch einer? Oh. Oh. Switchen. Der Dicke! Hallo? Schießt du noch? Nein, kann nur. Okay. Sehr schön. Danke, Agent. Wenn auch immer du möchtest, komm, sieh mir und bekommst einen Cut von den Profiten für euch selbst. Ja, ja. Obwohl du vielleicht noch ein paar Zeit zwischen den Bedrohungen geben willst. Was? Unkämpfter Ort. Errungenschaft dreigeschaltet. Schwarzmarkt gesehen. Ah, das war so ein Schwarzmarkt, für den wir Geld bekommen. Okay, nice. Oder was für gut. Einkommensrat erhöht. 180 Dollar pro Minute. Nice. Was liegt da noch? Dunkle Materie. Gut, ja. In diesem Sinn, würde ich sagen, das wäre doch mal für die erste Folge heute ganz okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch auch gerne einen Daumen hoch da. Oder schreibt was in die Kommentare. Und ich sage, bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt cremig. Tschüss.